Und los geht's. Neue Runde Euro Truck Simulator 2 mit einem neuen Patch. Diesmal wieder mit ProMods, der 2.18. Hat mir jetzt ein bisschen genaut, aber es war nicht ProMods schuldig. Es waren andere Mods, die im Zusammenspiel mit der 1.28 einfach abgeschmiert sind. Ich habe jetzt hier ProMods mit der Russia Map, ein paar so Skin Mods hier von Houndog. Der weiß er. Der, der diese ganzen Skins gemacht hat für diese SS-Trailer-Firmen, so wie z.B. das FCP hier. Haben wir einen schönen Trailer gefunden. Oh, wir haben den Skin dazu. Sieht doch einfach klasse aus. Mal schauen, was unser Fernlicht macht. Das müssen wir gleich alles einschalten. Funktioniert das jetzt? Mit Fernlicht? Jo. So, und wo muss das hin? Nach Vicenza von Milano. Milano, Vicenza. 240 Kilometer. Relativ kurze Strecke, sage ich jetzt mal. Mit unserem M1 mit 480 PS. Da steht mir das doch ganz gut hin. Ne? So, ich muss halt jetzt nach und nach hier die ganzen Mods schauen, welche funktionieren mit der 1.28. Da wird sie dann php freischalten. So, jetzt schauen wir zuerst mal. Da haben wir keine Soundmods drinnen. Das wäre die Hoff. Na, das ist relativ leis. Na, das ist relativ auch leis. Ja. Aber wir wollen jetzt einfach mal ein Mods machen. Andere Mal rein tun. Mal schauen. Nicht, dass sie wieder einen Handderung hierher quasi einen Strich durch die Rechnung macht. So. Da müssen wir den hin und links, ne? Ach, da fährt noch ein FCP. Cool. So. So. Okay. Der Sound ist jetzt etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man, sage ich immer, mit dem Soundmods da anders gewöhnt ist. Aber auf jeden Fall läuft es welchen. Das ist ja schon mal wichtig. Und wir können jetzt wieder auf ProMods rumfahren hier. So. Als nächstes muss ich mal schauen, wie die Balkans funktioniert. Na, sieht doch hübsch aus. In gelb. Unser DHL-Polmau. Ja. Da fällt ja die ganze... Die ganze JettyCat Mods noch. Die sind, glaube ich, alle von 1,28 Uhr. Wir müssen erst mal durchschauen, welche nacheinander dann freischalten. Zum Beispiel diese Busmods da. Also diese grässlichen Busse da rauskommen. Die sehen ja grässlich aus. So, Verona geht's rechts ab. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich denn eine JettyCat. Die ist ein Truck Traffic. Ach, ich muss was ausschreiben. Kann sein, dass hier da eine oder zwei Scharei haben. Ja, wir müssen mal schauen. Na komm. Ja, ich muss Niinne sagen. oh fliege gar nicht da, wo fahren wir denn schon wieder da, oh Gott ja, läuft relativ gut, keine Zuglock, keine Wucke drin und die Ladezeit erhaltet sich auch in Grenze, jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich bisher ein Wibbleiniget, 40 Sekunden mit dem, so wie es jetzt gerade drin ist, mit ProMods und Rusmap und die ProMods Trailer ja genau diese Skinpacks da von Hound Dog, wenn der da alles getäuscht Ladezeit 40 Sekunden dann, jetzt in Grenze, jetzt muss ich mal gucken, wo die 4 Minuten herkommen wo ist denn schon passiert denn, aber wahrscheinlich kommen die von irgendeinem Traffic Pack oder irgendein riesen Chessy Cat Paketchen da, deswegen wollen wir noch einander rein und immer mal die Zeit messen, dann haben wir unseren Zeitfresser da so, na Italien sind wir ja schon, müsste bald aus Italien kommen, das DLC da bin ich mal gespannt, dann kommen wir durch ganz Italien da haben wir schon Polizia, ok, die Carabinieri die Carabinieri klar, wenn man die rausgucken, was ich denn jetzt das horn geht mit dem sound fix macht das horn aber einen ganz anderen ton da oben das müssen wir mal vergleichen nicht so ganz ok Licht an und aus, Licht aus was man gut hört ist die Automatikschelde klack klack da was mein Hinkado ist da Naja, jetzt müssen wir bald auch sein, oder? Naja, das ist ein Konkurrent. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ja, Musik jetzt kannst du wieder aufhören. So, jetzt sind wir da runter. Ohohoho. Ohohoho. Und das Ende zeigt es da wieder. Ja, ja, ist schon gut, das kannst du auch hören mit dem Kettöne da. Wie hört denn das ne Luft da, Hannah? Geht's in das Auto? Wir hören die Luft da. Das ist gut. Okay, danke schön. Oh man, jetzt geht es schon wieder weg, aber... Wenn wir uns noch einmal abschalten können, oder? Ohohohoho. Ja, ja. Das war also fast vollkommen. Oh, mein Herr, mit dem Gedudelhof. Oh, der Rumpschalter ist da. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist ja auch kein Polizator. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das hat jetzt so weit funktioniert. Mit ProMods, Rusmap, der Connection. Dann brauchen wir die neue Rusmap ProMods Connection. Ähm, ja. So weit sieht's ja ganz gut aus. Jetzt sagen wir mal, wer für die andere Mods dazu linken. Dann schauen wir mal, was wir nächstes Mal haben. Vielleicht die Soundmods, oder so. Gucken wir. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.